Als am Horizont ein Stern vorüberzieht, wie schön sie war, Karamia. Endlich ist es da, das neue Andi Borg Album. Mit seinem aktuellen Hit Karamia platziert sich der Musiker auf Platz 1 der österreichischen Albumcharts. Jetzt meldet sich Andi Borg über sein Facebook-Profil zu Wort und bedankt sich bei seinen Fans. Ostern steht vor der Tür, der Frühling ist da, alles blüht, alles grünt und ich kann nicht mehr als Dankeschön sagen, ich bin auf Platz 1 in den österreichischen Verkaufscharts mit meinem neuen Album Karamia. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und kann nur nochmal Dankeschön sagen. Frohe Ostern! Mit der CD-Produktion Karamia präsentiert Andi Borg 14 neue Lieder, die jedes Schlagerherz höher schlagen lassen. In seiner erfolgreichen Karriere punktet Andi Borg bereits mit Adios Amor, San Amore oder Als sie noch Anna hieß. Mit Karamia legt der ehemalige Musikanten-Stadel-Moderator jetzt nach, denn viele der neuen Songs haben absolutes Hitpotenzial. Zahlen. zusätzlich. und dann machen Sie täglich ein Kopf dann schon mal 2022 zu rocken Saal. Das Anode OSZ Coffee oder ich bin sicher Set見 muss mit Isini Borg, Redaktion. Warum?